Neue Woche, neues Trading Glück könnte man sagen und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder insbesondere um einige Trading Chancen, die mir derzeit auffallen. Was am Ende daraus wird, wird man sehen und ich würde sagen, halten wir uns nicht lange mit der Vorrede auf. Beginnen wir mit dem Video und natürlich wie immer der Risikoinweis. Alles, was ich hier wieder aufzeige und kundtue, ist meine eigene persönliche private Meinung und jeder kann natürlich mit meiner Meinung dann sie verwenden, wie er möchte. Das ist auf jeden Fall keine Anlageempfehlung in der Investmentberatung und ich würde sagen, beginnen wir. Zunächst wieder, wie so oft, ein kleiner Rückblick zur letzten Woche. Ich habe ja hier diese Grafik veröffentlicht und habe darauf aufmerksam gemacht, dass der Aktienmarkt durchaus mehr zum alten Hoch aufbrechen könnte und was ist diese Woche passiert. Bereits am Montag kam es zu einer riesen Bewegung, gerade im Nasdaq und genau diesen Move können wir hier auf dieser Grafik sehen und feststellen. Wir haben bereits fast das alte Hoch erreicht, noch nicht ganz. Ich denke, wir werden es auf jeden Fall noch erreichen. Was danach kommt, wird man sehen. Dieser Move war gestern wirklich gigantisch, kann man schon sagen. Er brachte viele hunderte Punkte und wer diesen Trade genutzt hat, kann sich heute über dicke und volle Taschen freuen. Doch ich möchte natürlich an dieser Stelle nicht nur Rückschau halten, sondern natürlich auch wieder ein bisschen meine Meinung kundtun. Gerade zum Thema Edelmetalle bzw. Gold erreichen mich in den letzten Tagen immer wieder Anfragen, wie ich die aktuelle Markteinschätzung ansetze. Und ich denke und hoffe, dass das in meinen letzten Videos eigentlich schon ziemlich klar wurde. Ich bin nach wie vor eher bärisch im Edelmetallbereich, auch wenn die Charts ganz nett aussehen. Palladium zum Beispiel sogar ein neues Hoch aktuell macht, ein kurzfristiges neues Hoch. Bin ich hier dennoch ein bisschen vorsichtig in diesem Markt. Die Saisonalität zeigt eindeutig nach unten und zwar noch bis Mitte Dezember. Die Charts sind ebenfalls angeschlagen und gefallen mir nicht so toll. Und die Coddaten sind alles andere als positiv für die Edelmetalle. Und deswegen habe ich hier mal Gold rausgepickt, stellvertretend für die Edelmetalle. Und das kann man feststellen. Tja, eine dicke blaue Linie ist hier eingezeichnet im Chart. Und das bedeutet einfach, Gold läuft gerade einen ganz wichtigen markanten Widerstand an. Und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass es hier bereits wieder nach unten weg geht. Natürlich ist es auch möglich, dass wir vielleicht nochmal die 2000, vielleicht 2025 sehen und dann erst eine Abwärtsbewegung kommt. Und dennoch halte ich eine Korrektur für aktuell wahrscheinlicher als für wieder sofortige weitere neue Höchststände bei Gold. Außer natürlich die Krisenlage weltweit verschärft sich weiter und die Geldpolitik verändert sich drastisch nochmal zum Negativen, indem noch mehr Geld gedruckt wird, als wir ohnehin schon drucken. Dann ist natürlich alles möglich. Aber zumindest hier kurzfristig würde ich mich eher auf der Short-Seite positionieren. Beziehungsweise diesen Markt aktuell meiden oder wirklich nur zum Traden nutzen. Physische Ware ist natürlich ein ganz anderes Thema. Bereits bei diesen Kursen kann man jederzeit physische Ware nachkaufen. Warum? Zum Ersten, wir hier in Europa kaufen es eben in Euro. Und zweitens, physische Ware kann man nie genug haben in der aktuellen Zeit. Ich möchte hier aber heute auch mal ein bisschen die anderen Rohstoffe wieder aufzeigen. Allen voran eben die Soft-Commodities. Doch beginnen wir zunächst mal mit Erdgas. Erdgas war ein sehr, sehr, sehr interessanter Trade. Ich wollte hierzu sogar noch einen Post vor einigen Wochen veröffentlichen, als wir nochmal die 2 Dollar erreicht haben. Und es war eine Riesengelegenheit, hier nochmal auf einen Long-Zug aufzuspringen. Warum? Wer sich ein bisschen mit Chart-Technik auskennt, er kennt sofort etwas auf diesem Bild. Im rechten Segment eben eine große, große Umkehr-Formation, die sich in 2020 gebildet hat. Man könnte es als großes W bezeichnen. Und auch einen doppelten Boden kann man hier wunderbar erkennen. Und es war einfach ein Wahnsinnszeichen für eine Umkehr und deutlich steigende Kurse in diesem Bereich. Und wir haben jetzt die erste große Widerstandszone erreicht. Die liegt eben bei knapp 3 Dollar ungefähr. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass so kurz, kurzzeitig korrigiert. Und wenn diese Schwelle überwunden wird, sind ganz schnell Kurse bis 5 Dollar möglich. Und ja, das halte ich für gar nicht mal so ausgeschlossen. Und scheint mir eine sehr gute Trading-Möglichkeit darzustellen. Also ich würde das verfolgen. Und vor allem Erdgas, muss man wissen, ist ein Markt, der sehr explosiv arbeitet. Beziehungsweise sehr explosiv wirkt. Und dieser Markt ist in der Lage, sehr große Kursspannen in sehr kurzer Zeit zurückzulegen, wie man auch hier wunderbar im Chart sieht. In der Regel verläuft, gibt es hier halt keinen gleichmäßigen, schönen Anstieg, sondern der Kurs schießt in der Regel förmlich immer nach oben. Und das innerhalb von wenigen Wochen, beziehungsweise sogar wenigen Tagen. Und er reicht dann sein Ziel und korrigiert aber genauso schnell wieder. Und deswegen, aktuell kann ich mir eine Mini-Korrektur vorstellen. Und im Anschluss dann vermutlich Kurse bis in den Reich vielleicht, ja, von 5 Dollar. Wir werden es sehen. Doch was fällt mir aktuell im Rohstoffsegment überhaupt auf? Ich werte ja seit vielen, vielen Jahren den Kot-Report aus und hatte hierzu ja bereits sogar mein Newsletter vertrieben. Und war ja einer der ersten und wenigen in Deutschland, die sich hier öffentlich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Und für mich sind diese Daten immer noch sehr wertvoll und immer noch ein wichtiger Wegweiser für die Märkte. Und was fällt mir aktuell auf? Ich habe das einfach hier mal zur farblichen Verdeutlichung einfach dabei. Es gibt aktuell nur drei Werte, die bei mir auf Long stehen, hingegen eine ganze Liste, die auf Short steht. Erstmal hat das nichts Größeres zu bedeuten, denn grundsätzlich ist es sogar positiv zu werten, denn wenn die Werte steigen, dann müssen nämlich die, ja, die Short-Kontrakte der Commercials immer größer werden. Das heißt grundsätzlich mal positiv. Das Problem beginnt dann, sobald, ja, die Short-Positionen in Extrembereiche vordringen oder es gehäuft auftritt oder es hier zu extremen Abweichungen vom Kurs kommt. Und aktuell kann man einiges davon eben feststellen und deswegen ist diese Liste ganz interessant, denn sie zeigt einfach, dass vielleicht unter Umständen der Rohstoffsektor gerade im Softcomerity-Bereich vor einer kleineren Korrektur stehen könnte. Im Anschluss gehe ich dann wieder von weiter steigenden Kursen aus, aus verschiedensten Gründen. Zum einen natürlich wegen Corona bedingt. Es gibt Rohstoff- oder Nahrungsmangel weltweit aus diesem Grund, natürlich auch wegen der großen Geldschwemme. Und es ist deswegen sehr wahrscheinlich, dass diese Kurse noch sehr, sehr viel weiter steigen werden, wie ich übrigens auch in einem der letzten Videos von mir veröffentlicht habe, wo ich ja davon ausgehe, dass die Softcommodities vor einem riesen Run nach oben stehen und wir vermutlich die alten Höchststände alle erreichen werden, die bereits viele, viele Jahre zurückliegen und hier dürfte es zu einer richtigen Rallye kommen. Die Frage ist nur, ob wir vielleicht kurzfristig eine kleine Korrektur übergehen, um wieder ein bisschen Luft zu holen und im Anschluss dann neue Höchststände sehen. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall ist es interessant und gut zu wissen. Betrachten wir deswegen auch den CRB-Index. Das ist, ich nenne es jetzt mal, der bekannteste Rohstoff-Index der Welt, denke ich mal. Leider ist der ein bisschen verzehrt, da er sehr energielastig ist. Theoretisch müsste man einen eigenen CRB-Index kreieren, was ich schon in Excel selbst gemacht habe. Leider aktuell nicht aktualisiert, deswegen kann ich hierzu auch keine Daten liefern. Dennoch sehr spannend und interessant und was kann man hier auf jeden Fall sehen, dass wir in einen dicken Widerstandsbereich gelaufen sind im CRB-Index nach einer großen und fulminanten Rallye, die er hingelegt hat und hier kann ich mir vorstellen, dass es ebenfalls noch mal zu einer kleinen Korrektur kommt, ehe dann eben diese wichtige Marke übersprungen wird und es deutlich wieder höhere Kurse geben wird. Das ist zumindest meine Vermutung und die ist, denke ich mal, nicht so unwahrscheinlich. Doch betrachten wir jetzt noch einige Märkte ein bisschen im Detail, hier auch Mais. Wir haben bereits bei Mais die erste Widerstandszone erreicht und ich könnte mir vorstellen, dass Mais nun in eine Konsolidierung übergeht, eine Korrektur nochmal zurück, vielleicht bis in den Bereich von 350 und danach eben wieder neue Höchststände da möglich sind, auch über den Bereich von 450. Sollte der Markt aber noch die 450 erreichen, ich denke spätestens ab dann ist hier erst mal vorerst Schluss und eine Korrektur setzt ein und danach kann es eben schnell zum 550 gehen und eben am Ende zu neuen Höchstständen bei über 850 Dollar. Aber, wie gesagt, kurzfristig kann ich mir hier gerade im Trading-Bereich sehr gut eine Korrektur vorstellen. Hingegen Kaffee sieht für mich im Moment unglaublich spannend für einen Long-Trade aus. Kaffee steht zwar in der Kotliste auch im Short-Bereich, aber Chart-technisch sieht es hier sehr, sehr, sehr gut aus. Auch Seasonals sprechen für steigende Kurse und deswegen möchte ich mich hier in diesem Markt sehr gerne auf der Long-Seite positionieren. Doch nicht nur Kaffee bietet hier eine gute Chance in Richtung Longs, sondern auch Kakao kann ich mir gut vorstellen, dass wir die alten Höchstkurse bei 3000 Dollar eben sehr bald wieder aus dem Markt herausnehmen und ich würde mich hier persönlich auf der Long-Seite eher positionieren bzw. Einstiege suchen. Bei Zucker sieht es ein bisschen anders aus. Hier, denke ich, ist der Markt zumindest kurzfristig wieder reif für eine kleine Korrektur. Ich denke, dass die gar nicht mehr so weit gehen wird, die Korrektur, aber dennoch habe ich ihn hier aufgeführt, einfach weil mir diesen wichtigen Bereich angelaufen sind. Außerdem hat sich hier eine Umkehr-Candle gebildet und deswegen könnte ich mir kurzfristig eben nochmal tiefere Kurse vorstellen, ehe wir dann wieder zu neuen Höchstkursen aufbrechen. Das war es dann diese Woche auch schon wieder. Ich hoffe, die Trades oder die Trade-Ideen sind wieder interessant gewesen, bringen am Ende wieder ordentlich Profit und vielleicht veröffentliche ich die Woche noch ein weiteres Video oder stelle wieder mal bei Instagram oder Twitter neue Trade-Möglichkeiten ein. Gerade im Bereich Währungen gibt es nämlich diese Woche einige interessante Bereiche, die man handeln kann und ich wünsche Ihnen auch eine tolle Woche und bis zum nächsten Video.